So, willkommen zurück. Jetzt machen wir gerade eine ganz schnelle Quest. Einfach durch Suche eine Truhe an drei verschiedenen Orten. Also einfach irgendwo wo ein Namensschild steht, Pleasant Park, wie auch immer. Einfach da hinfliegen und ganz simpel. Also alles was einen Namen hat. Tilted, eine Kiste öffnen, eine Ort erreicht. Pleasant Park, eine Kiste, fertig. Das ist die Depot. Eine Kiste, fertig ist die Aufgabe. Wenn ich jetzt selber nur noch eine Kiste machen, ich muss allerdings auch noch die Stopp-Shelter machen. Ich war jetzt in Megapark und Pleasant Park. Jetzt muss ich eigentlich nur noch Salty hin. Dann könnte ich, wenn ich da die Stopp-Shelter finde und eine Kiste aufmache, hätte ich direkt zwei Aufgaben auf einmal fertig. Aber wir gucken einfach mal. Ich mache es jetzt einfach mal Solo, weil Gruppenkeile sind manchmal doch ein bisschen nervig. Weil nämlich logischerweise alle gleichzeitig dahin fliegen, man hat ja keine Bedrohung. Also die einfachste Variante ist natürlich, wenn du Gruppenkeile machst, aber Solo, wenn du da zwei, drei Kills machst, hast du eigentlich locker deine Ruhe. Also, wenn die Route ist, die Route ist schon mal bescheiden. Aber eins kann ich schon sagen. Die Roboter nerven ohne Ende. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Roboter findet. Also ich finde es einfach zu OP. Ich habe da eben in der Schroh drauf gehämmert. Nix. Also es nervt. Ich hoffe, die holen sie so schnell wie möglich aus dem Spiel raus. Und sollten irgendwas anderes wieder zurückholen, was auch Schaden machen kann. Aber die Dinger, die nerven mal übelst. So, jetzt hoffe ich nur, dass hier wieder nicht tausend Mann hinfrieden. Also wie gesagt, eine Kiste an jedem benannten Ort aufmachen. Einfach drei verschiedene Orte besuchen. Schon hat man die Aufgabe. Ich versuche natürlich jetzt erstmal die Kiste zu machen und in der Hoffnung, dass direkt danach ein Stoppschild aufkriegt. Äh, Krieg. Zack, zack, zack. So, wie ihr seht, geschafft. Ich habe gerade auch ein Schlöffnis. So, direkt auf Reise gehen für Stoppschilder. Ich will kein Parkschild, ich will ein Stoppschild. Ich habe nämlich geguckt, die soll es... Ach, einer ist da oben. Ja, es leckt natürlich. Jetzt muss ich noch nachladen. Och Gott. Auf jeden Fall. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Einfach an drei verschiedenen Orten. Ganz easy eine Kiste öffnen. Und weiter geht die Reise. So, ich hoffe, ich konnte euch dabei weiterhelfen. Weil ihr wahrscheinlich öfters auch einfach euren festen Ort habt. Von daher, besucht einfach mal einen anderen Ort. Macht da eine Kiste auf. Und dann ist die Sache gegessen. Man sieht sich im nächsten Video. Haut rein. Und...